Moin moin und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind gerade in dem Haus, glaube ich. Wir sind in einem Haus von dem Neffen von dem Polizisten River. Der übrigens Tainted Overlord sehr gerne mag. Unsere Aufgabe jetzt ist aber einmal River nochmal zu folgen. Das machen wir mal. Wo haben wir ihn denn? Da. Ich würde dich beunruhigen, okay? Wir haben eine heiße Spur und wissen morgen mehr. Ende aus. Okay. Also sollen wir ihr nicht die Wahrheit sagen? Verstehe ich das richtig? Klingt irgendwie falsch, finde ich. Aber ist nicht meine Entscheidung. Dorian, bitte. Aber das schmeckt nach Popeln. Die? Was? Wir sind fertig. Aufgegessen? Dann ab ins Bett. Ja, mache ich auch immer so. Du hast gegessen. Tschüss. Aufgegessen? Dann ab ins Bett. Ja, wir haben dir was übrig gelassen. Danke, Monique. Haben die eigentlich auch schon Cyberware? Habt ihr was gefunden? Morgen wissen wir mehr. Ich habe Beweise an ein Labor geschickt. Vielleicht wissen wir morgen früh, wo Randy ist. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Äh, er bleibt da? Äh, er bleibt da? Gut. Randy ist so gut wie zu Hause. Ich werde nicht aufgeben, Joss. Joss, können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Er ist ja eh nicht da. Du bleibst doch, oder? Ja, du musst mir helfen, das durchzustehen. Ja, mache ich. Natürlich bleibe ich. Gut. Findest du allein hin? Ja. Nein. Ich gehe dann auch gleich pennen. Sicher nicht leicht alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Okay. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. So schlimm, ja? Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt mitgenommen. Hatte was zu erledigen. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Hm. Muss erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Das tut mir leid. Randy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. Wie ist er gestorben? Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Was zur Hölle das auch heißen mag. Die alte Kaldos? Das ist ja interessant. Die zeigten mir seine Leiche, wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Dann wechseln wir das Thema. Bleib stark, Joss. Ochsch, ochsch, ochsch. Und pennen gegangen. Die Jagd, okay. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Hast du den wie die? Hier, steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Ich will's auf dem Bildschirm sehen. Ah, dann mal los. Dein Doc arbeitet schnell. Nicht schlecht. Dig, 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 dig. Das stimmt nicht mit dir, Anthony. Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast wie ein Schildkröte getötet. Der Kleine war krank, hat mich gefressen, ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Indem du ihm Somatropin spritzt? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du das von deinem Vater gelernt? Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir und so bedankst du dich. Lehrer? Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Fäng dich. Was hast du gesagt? Okay, mir reicht's jetzt. Der Schulleiter wird davon hören und deine Pflegeeltern. Wie der Vater, so der Sohn. Ah ja. Wachst nicht über meinen Dad zu reden! Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Ja, du darfst nicht. Er war krank. Schwach. Was? Ich wollte ihm nur helfen. Ein interessanter Traum. Können wir mal ein bisschen zurück. Wachst nicht. Hä? Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir aus welcher Gegend Hermes stammt. So weit, so gut. Anschlagtafel. Keine macht den Drogen. Ey, sag mal! Hä? Hä, wieso geht denn der da nicht weiter? Hä? Hä, wo ist der? Hä? Irgendwie ist da alles dunkel, ne? Oh, das ist ein Pokal, okay. Eine alte Trophäe. Aus dem Jahr 2042. Erster Platz in einem nationalen Ringturnier. Okay. Ähm. Ebene wechseln. So. So. To. Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir, und so bedankst du dich? Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Sie sind aber sehr gut. Das stimmt nicht mit dir, Anthony. Dir ist schon klar, dass ich das nennen muss. Das ist nicht normal, Anthony. Du wirst nicht über mein Netz zu reden. Du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farn pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Reg nicht über meinen Vater, du Wichser! Du, du darfst nicht. Er war krank, schwach. Ich wollte ihm nur helfen. Ich werde schnauze mit einem Schwerpunkt verschwindet. Aber ich werde schnauze. Hier wird er und ich bin bei den Schwerpunkt ab. Immer geht auf. Pire hat es nicht, und ich bin bei der Schwerpunkt. Ich Bin. auf die Schwerpunkt machen. Du wachst nicht über meinen Dad zu reden. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farmplatte ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Du darfst nicht. Er war krank, schwach. Ich wollte ihm nur helfen. Er war krank, schwach. Ich wollte nur helfen. Tonni, wo bist du denn? Komm her! Ich komme! Tonni, komm her! Wir sehen uns noch den Terrace im Haus. Es gibt keine Chance, um ihn zu identifizieren. Antonis hat aber einen echten Tyran. Eine Art Bio-Scanner für Rinder. Überwach die Vitalwerte. Geh mal! Geh los! Sieh mal, die Kuh ist krank. Wie die anderen. Welche anderen? Welche anderen? Hm, ok. Wo bist du denn? Komm her! Ich komme! Tony, komm her! Ja, Bert? Was vergessen? Ich hab nicht was gefragt! Ich weiß nicht! Choline und Methionine Werte! Hält ihr was auf? Äh, bist du lieblich? Du solltest sie doch vor der Schule prüfen! Wie willst du dich diesmal rausreden? Die Kuh wird deines wegen sterben! Du bringst sie um wie deine Mama! Oh nein! Spare dir das! Vereinfacht ihre Hormone rum! Und mach den verdammten Tartun aus! Wie oft muss ich dir noch sagen? Injektoren für Hormone und Antibiotika. Die Leute haben Fleisch voll mit dem Scheiß gegessen! Und dass du ihn nicht anlassen sollst! Söndig wo sich diesen Scheiß gelbe aus! Nahrungsmittel, äh, Gänzungsmittel, ok. Hier haben wir die Möglichkeit vorzubeugen. Halt! Oh, das ist unser Cartoon. Klein Toni war wohl ganz begeistert davon. So weit, so gut. Oh ja. Oh, diese Melodie, ne? Gehen wir mal in den nächsten Abschnitt. Jetzt muss der Ort sein, V. Die Erinnerung ist neu. Das ist sein Versteck. Hier sind Kabel. Boah, da sind Kabel. Eine Uhr. Es ist 23 Uhr. Peter Pan hat diese Form in eine gottverdammte Festung verwandelt. Okay. Treibstofffässer. Hier muss meine Werkstatt oder so gewesen sein. Dazu setze ich noch, ne? Äh. Okay. Hörst du, was ich höre? Ein Müllkamm. Das Signal zum Abladen. Da muss eine Müllkippe in der Nähe sein. Oh, scheiße. Der hält die entführten Jungen wie Rinder. Alter. Mästet er die? Bäh, da. Noch einer. Ich seh Randy nirgendwo. Ein Zertifikat der Feuerwehr. City South. Perfekt. Das Terminal steuert die Stallungen. Muss noch eins für die Minen und Geschütztürme geben. Die Maschine steuert ein Injektionssystem für Aufputschmittel oder Hormone. Alter. Alter. Äh, wo ist denn hier noch? Da. Die Nummer. Da sind Petrocam-Schilder auf dem Farm-Modell. Wo willst du hin, Mike? Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us-Cracks-Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Aber ich guck's trotzdem noch zu Ende. Bin mir nicht sicher, River. Wir sollten uns weiter umsehen. Hallo? Okay, ich vertraue deinem Bauchgefühl. Ja? Das war's hier dann sicherlich wie. Hast du wahrscheinlich recht. Komm her, du kleiner Racker. Tust dir noch weh? Tony wird sich um dich kümmern. Ganz ruhig. Tony? Wer ist Tony? Okay. Was haben wir jetzt alles? Harris lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Us-Cracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. Diese Türme, die für das Us-Cracks-Album werben. Die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Ja. Also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farm-Modell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Also, dann haben wir sie. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Let's go. So, Kollege. Du solltest dich ein bisschen beeilen, wenn wir schon mal wissen, wo er ist. Hallo. Ich habe das letzte Mal viermal ums Auto gelaufen und geguckt, ob das Profil noch stimmt oder was. Wir finden ihn, River. Ach, wenn ich früher gewusst hätte, wie er sich gefühlt hat. Was ihn beschäftigt hat. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin sein Onkel V. Und ich war nicht für ihn da. Fuck. Entspann dich. So, wir hatten nochmal einen Moment, ob da noch was kommt. Wir gucken mal, wo wir jetzt überhaupt hinfahren. Oh Gott. Rock your ridge. Edgewood-Farm. Okay, da fahren wir hin. Halt durch, Randy. Bitte halt durch. Wie fährst du denn? Und wie überspringen wir die Fahrt jetzt? Oh, Junge. River, das ist die Fahrt. Wir sind richtig. Ich weiß. Lass uns zur Scheune schnippen. Erstmal die Geschütze ausgeschaltet. Hier, der Trottel. Oh, ein Breach-Protokoll. Einmal 7a 55. So. Da werden die auch direkt hochgefahren. Auch gut. Die fluglich da. Und hat er den nicht ausgeschaltet? Geht doch. Ach, die war aus. Ich glaube, die eingeschaltet. Wie ist das denn? Was ist das da oben? Fuck. Da lagen Minen. Oh, nein. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Wir sind richtig. Ja. Wir sind richtig, mein Besser. Blutlicht. Breach-Protokoll. B-D-B-D. So. Ausschalten. Ausschalten. Hier ist aus. Echt jetzt? Die kommt echt wieder hoch, dann? Mal schauen, was wir da drin haben. Nichts wirklich wichtiges. Die da hinten werden wir auch einmal direkt ausschalten. Klingel werde ich jetzt nicht. Okay. Ja, die ich gerade deaktiviert habe schon. Alles mal weg entschärfen hier, damit wir uns hier ein bisschen besser bewegen können. I-D-B-G-D. Okay. Das ist ja auch schon. Schau schau! eben konnte ich das grüne da noch sehen jetzt nicht mehr ja was macht er denn da schnell komm her alter haben wir da und der stunde runter gesprungen also wie viele kinder hatte denn entführt ok wir haben es geschafft ja entspann dich mal ja 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 dann spann dich mal da läuft der comic wieder der zeichentrickfilm der karton ok alle abgetrennt sie nach den anderen sie könnten noch leben mache ich weiter der junge ist schon ein paar tage tot alter warum mästet er die denn so ja entspann dich du lebst hey ruhig bleiben jetzt wird alles gut hilf mir mit randy tot ne er lebt wow was war das ach ja stimmt ja der typ von dir gar nicht ich habe die ganze zeit mit gerente dass der typ auftaucht aber der ist ja im koma wir haben es geschafft ja haben wir aber für mich ist das noch nicht vorbei für den terror den er verbreitet hat muss dieser bastard büßen er liegt im koma unter polizeischutz der geht nirgendwo hin aber er lebt nach gewissermaßen kommt er damit davon aber nicht mehr lange ich werde ihm das leben mit bloßen händen rausquetschen oh keine gute idee du wirst polizist mein bester ach river komm schon man das ändert doch nichts anthony harris ist ein lebloser fleischsack einem beatmungsgerät und wie lange noch er muss sterben ich brauch die gewissheit nein du willst dein leben wegwerfen um dich einem hirntoten zombie zu rächen ach vielleicht hast du ja recht aber es macht mich wahnsinnig nichts zu tun wach auf du kannst eine menge tun river joss randy die kinder sie werden dich jetzt mehr denn je brauchen ja hast du recht ich weiß ich weiß vergiss harris nimm jeden tag einzelnen angriff und ruhe dich aus holo mich an sobald du wieder klar denken kannst dann reden wir ja ich brauche etwas zeit für mich aber dann melde ich mich besprochen wir sind bereits um abflug kommen sie mit oder nicht möglich wie danke ohne dich hätte ich es nicht geschafft keine ursache wir bleiben in kontakt ich schwöre das war ein österreichischer akzent oder ich schwöre das war ein österreichischer akzent oder Polizei die müssen ja ordentlich entschärft haben hier jetzt ne oh man dieser armen jungs hast du sowas schon mal gesehen acht jahre als polizist und nichts war auch nur annähernd so krank wie das so wir gucken mal was haben wir denn hier haben wir hier vielleicht irgendwas in der Nähe was wir erledigen könnten hier oben könnten wir ein fahrzeug kaufen oder was klauen komm du klauen was wir klauen was äh wir nehmen den galena den rattler und dann düsen wir da kurz mal hin ja ein kilometer quer fällt ein kein problem aber das ist ja krass ey da hat er die kinder an an so ein verdammtes fastsystem da angeschlossen ey dass sie alle künstlich ernährt werden äh fast sag ich schon äh grad nicht klar bin bald da ich kanns hören atem atemberaum findest du nicht in echt ist das teil noch schicker komm doch mal vorbei kannst auch panam ein bisschen aufhuntern ok aber du hast mir gerade meine mission kaputt gemacht oh oh jetzt erliffst du was ja toter hast du von militex neuer mobiler Radareinheit an der Grenze gehört? ja warte gleich äh bd 7a 1c so rum holen der alte Kaldos das Geschäft und vor allem für mich ich will wissen wie das Ding tickt aber zuerst muss ich es in die Finger kriegen also beschaff mir das teil und ich werde dich saftig entlohnen details anbei ok ihr redet immer so komisch ne auftragsart kleptomanie ziele äh ziel mobile Radarstation modell pd 9 äh p 9d schrägstrich 2.161 stehlen ort militex basis lonestar motel die badlands sind ein empfindliches ökosystem in dem jedes element eine wichtige Rolle spielt wenn man auch nur ein aspekt verändert gerät das gesamte gleichgewicht aus den fugen militex scheint das nicht zu verstehen und hat eine große operation gestartet um die grenzen zu befestigen sie haben eine einen mobilen Radar Prototypen den sie derzeit in ihrem neuesten Außenposten aufheben und mit dem sie die Transporter der Aldecaldus tracken können wenn wir das Gerät in die Hände bekommen können die Aldecaldus ein Störsignal kreieren das dieses neue militex spielzeug ganz leicht ausbootet wenn die Transporter wieder unsichtbar sind ist das Gleichgewicht im Ökosystem wieder hergestellt ok 20,000 Ah. viel getroffen so Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ganz ehrlich ich frage mich wie ich hier du hast aufgefordert dich zu zeigen da kommt noch ja ja Alter Schwede So, hier müsste ich ja eigentlich auch noch einen sehen Ach, das kann ich ja ausschalten Da, zack Ausgeschaltet Wo kommst du denn her? Wo ist es an der Waffe? Ey, achso Shit Das ist der Stacheldraht Gehen wir hier rein Das machen wir auch nichts Das ist der Stacheldraht So Eine Runde verlinken Äh, BD, BD 55 Äh, 1C Okay BD, BD 55 1C Ja, und das war's Na gut Nutzen, ja, können wir auch nicht viel mehr benutzen Weinen Sie, was ich bekommen habe Sind ein paar BigHack-Komponenten Aber das macht ja nichts Besser als gar nichts Ne? Ah, ist ja immer so schön Nicht so gierig Du hast schon mehr als genug Dafür, dass wir fast nur Roboter waren Haben die ganz schön Zeug hier rumliegen Vor allem frage ich mich auch so ein bisschen Was die mit so viel Kohle hier gemacht haben Ja, liebe Minitech-Mitarbeiter Würde mich ja auch mal brennend interessieren So Dann haben wir hier drin auch noch was Wenn ich mir nicht irre Okay, das ist das Morphide Radar hier Was war das für ein buntes Gewehr? War das so ein Power-Gewehr oder? Äh, beziehungsweise hier so ein, so ein Okay Ich glaube, wir haben hier soweit alles eingesammelt Komm, wir werden damit mal weglösen Ja Na klar Bye, Friends Glück gehabt, ne? Warum ist denn das hinter dem Fahrzeug so komisch verschwommen? Schaut mal, wenn ihr wieder mal hinguckt Das sieht ein bisschen so aus, dass wir das Fahrzeug so verschwimmen Sieht komisch aus Sehr komisch Ja, lauf doch nicht vors Auto, du dämliches Ding, ey So, dann haben wir das auch schon Dakota Schmidt Großartige Arbeit, wie Wirklich genial Meine Leute schrauben schon ein Radar herum Als kleine Überraschung Familie Tag Deine Bezahlung kommt sofort Gut gemacht Ja Sofort 9000 Uiuiui Das ist eine schöne Summe Das ist eine wirklich schöne Summe Was haben wir hier noch? Ah, den Thornton Call Wie haben wir da ja noch? Genau Da haben wir Wie als Fixer Hier haben wir noch Panam Ein Überfall Aber Na gut Oh, warte mal Ah, bevor ich das vergesse hier Wir haben ja noch ein bisschen hier Ein paar neue Waffen Na, das ist ein Smart-Gewehr Das meinte ich nicht Power-Gewehr Sondern Smart-Gewehr meinte ich Äh Guck mal, hier können wir Größtenteils verschrotten Äh Das Das Aufsätze Können wir verkaufen gleich Haben wir hier Schönes Nichts, was jetzt besser ist Oh Nope Auch nicht besser Haben wir nächste neue Hose vielleicht Ja, warum nicht? Oh Mann Oh Mann Egal Äh So, jetzt einmal gucken Wo können wir verkaufen? Da können wir verkaufen 750 Meter Ähm So, deine Kinder Warum redet ihr jetzt von seinen Kindern? Habt ihr überhaupt nichts gemacht? Ich hab nichts getan So, das war gesagt Ja da kann ich auch sagen Tod Ich hab nichts damit einmal verkaufen und dann hier können wir auch noch an die haben wir an die fast was verkauft was wir anhaben das bleibt hier unten haben wir noch ein bisschen was was ich verkaufen kann ja das war schon wir gehen aufs dach und schauen einfach mal hier runter ich würde sagen ich beende jetzt diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin euer im grümsch